So, mit welcher Kraft wird der Schlitten bewegt? Das interessiert mich hier. Ich ziehe mit 50 Newton, aber ich habe diesen 20 Grad Winkel und deswegen ist das ein bisschen ungünstig. Also würde ich jetzt hier zum Beispiel in diese Richtung ziehen, würde sehr viel Kraft dazu aufgewendet, den Schlitten anzuheben und nur wenig Kraft den Schlitten zu bewegen. Und ja, hier deutet sich schon so ein Kräfteparallelogramm an. In diese Richtung geht es mal nicht zu viel. Genau, und ich zeichne ein Kräfteparallelogramm, also ich zeichne die Kraft, jetzt nenne ich sie Zugkraft, Fz. Die zeichne ich hier ein, ich könnte die 5 cm lang machen und das Parallelogramm ist in diesem Fall ein Rechteck. Jedes Rechteck ist auch ein Parallelogramm, das ist ein Sonderfall. So, dann ersetze ich die Diagonale durch eine Kraft parallel zum Boden, F parallel und eine Kraft F senkrecht. So, und schöne Vektorpfeile malen und alles ist wunderbar. Und an der Stelle kann ich sogar, weil es eben 90 Grad Winkel hat, so richtig rechnen, dieses grüne Dreieck, das schaue ich mir nochmal an, also grünes Dreieck und hier habe ich 20 Grad und dann ist das die Hypotenuse, weil hier der 90 Grad Winkel ist. Und das ist die Ankathete und das ist die Gegenkathete und dann habe ich eben Ankathete zu Hypotenuse ist der Kosinus von dem Winkel von den 20 Grad und los geht's. Also, F, was haben wir denn, F parallel zu F zugleich Kosinus 20 Grad und damit habe ich F parallel gleich 50 Newton mal Kosinus 20, so, ein bisschen Platz machen hier, Kosinus 20, schön radieren, also da kommen aber 47 Newton raus, also 50 Newton mal Kosinus 20 Grad und damit ist die Kraft, mit der gezogen wird, 47 Newton. Ich könnte zum Spaß auch dieses F senkrecht ausrechnen, da habe ich den Sinus drin, das ist 50 Newton mal Sinus 20 Grad und da bekomme ich dann die 17 Newton, also mit 17 Newton wird der Schlitten vorne angehoben. Genau, und an der Stelle habe ich eben keine, also 17 und 47 gibt keine 50, ich bräuchte einen Pythagoras an der Stelle, ja, weil das ist hier die 50 und an der Stelle die 47 und an der Stelle die 17. Ich ersetze die eine Kraft durch zwei weitere Kräfte, genau. Und jetzt noch zwei wichtige Fälle, bei solchen Aufgaben gibt es immer, entweder ist die Geschwindigkeit konstant, konstant, oder die Beschleunigung ist gleich konstant. Wenn die Geschwindigkeit konstant ist, dann habe ich eine Reibungskraft, eine Reibungskraft und die ist genauso groß, auch 47 Newton, wie die Zugkraft. Ja, ich habe also Zugkraft gleich Reibungskraft, also vom Betrag her gleich groß, gleichen sich aus, resultierende Kraft gleich Null und deswegen habe ich eine konstante Geschwindigkeit. Bei einer Beschleunigung ist manchmal ohne Reibung, manchmal mit Reibung, aber dann ist zum Beispiel die Reibungskraft, wenn die bloß 20 Newton wäre, dann hätte ich ja immer noch so eine übrige Zugkraft von 27 Newton, genau. Oder die Reibungskraft ist Null, dann hätte ich immer noch eine Zugkraft von den ganzen 47 Newton. Und hier gilt F ist M mal A, also Beschleunigung ist konstant, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, da müsste in der Aufgabe die Masse gegeben sein, die Kraft, mit der ich beschleunige, die kann ich irgendwie ausrechnen und dann könnte ich die Beschleunigung berechnen, also wenn ich losziehe. Genau, dagegen hier, also ich meine F ist M mal A gilt immer, also F ist M mal A, nur wenn die zwei Kräfte vom Betrag her gleich sind, gleichen die sich aus und dann habe ich an der Stelle nichts, sondern Null und damit ist auch die Beschleunigung gleich Null. Und deswegen brauche ich die Formel an der Stelle nicht. Keine Kraft, keine Beschleunigung. Joa, das war's.